Oh Mann, war das gut. Entschuldigung, hat jemand was dagegen, dass ich rauche? Und ob ich was dagegen hab, du Arschloch? Würden Sie es begrüßen, wenn jemand Scheiße unter Ihre Nase hält, während Sie essen? Nein, auch das ist nicht so schlimm. Der Geruch ist nicht wirklich schädlich. Aber, wenn Sie diese Kippe in Ihren Mund stopfen, wird die Lebensdauer aller Menschen in Ihrer Umgebung, die von diesem Gift einatmen, verkürzt. Schauen Sie sich um! All diese unschuldigen Leute, die nicht rauchen, bitten nicht um einen Gefallen. Seien Sie gewarnt, all die Nichtraucher verfluchen Sie und wünschen Ihnen den Tod. Verschwinden Sie und seien Sie der Glücksgöttin dankbar, dass Sie noch nicht tot sind. 12.